Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Vorrichtung, die dazu dient, verschmutztes oder kontaminiertes Wasser abzupumpen. Sie spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen Bereichen wie Bauwesen, Landwirtschaft, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz. Diese Pumpen sind so konstruiert, dass sie feste Partikel und Verunreinigungen handhaben können, die in herkömmlichen Pumpen Probleme verursachen würden. Dadurch ermöglichen sie eine effiziente Entwässerung von Gebieten, die von Überschwemmungen betroffen sind, sowie die Entsorgung von Abwasser und anderen schädlichen Flüssigkeiten. Insgesamt sind Schmutzwasserpumpen unverzichtbare Geräte für den Umgang mit verschmutztem Wasser in verschiedenen industriellen und öffentlichen Anwendungen. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Schmutzwasserpumpe. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5. Mamizo Submersible Dirty Boater Pump Die Tauchpumpe kann Frischwasser mit einer Fördermange von bis zu 16.500 LH in verschmutztes Wasser pumpen. Die maximale Hublänge dieser Abwasserpumpe beträgt 9,5 M. Die Abwasserpumpe kann in Abwasser mit einer Tiefe von 7 M arbeiten. Der Schlauchanschluss der Tauchpumpe kann an vier verschiedene Schlauchgrößen angeschlossen werden, 1 bis 1 Schrägstrich 2 Zoll, 1 bis 1 Schrägstrich 4 Zoll, G1 Zoll, 1 Zoll. Die gewünschte Größe kann durch Abschneiden der Schlauchanschlüsse erreicht werden. Die Abwasserpumpe verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn sie 150 Grad Celsius erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Eingangsspannung 220 bis 240 Vollleistung, 1100 W Motordrehzahl, 2850 Umin. Diese Tauchpumpe verfügt über eine Entwässerungsfunktion, die durch einen Schwimmerschalter aktiviert wird. Wenn der Wasserstand unter den Schalter fällt, wird die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet. Wenn der Wasserstand über den Schalter steigt, startet die Pumpe. Dank des Edelstahlmaterials ist die Abwasserpumpe sehr robust und langlebig. Diese Tauchpumpe kann Schmutzpartikel mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm pumpen und eignet sich für den Einsatz in Abwasser, Teichen, Pools oder Baugruben. Hier ist der Punkt Nummer 4, Einhell-Waste-Boter-Pump. Der Einhell-Schmutzwasserpumpe GCDP 7035 LL eignet sich ideal zum Abpumpen größerer Mengen verschmutzten Wassers aus Teichen, Baugruben und Kellern. Der 700 Watt-Motor ermöglicht einen Durchfluss von 16.000 Litern pro Stunde bei einem Lieferdruck von 0,8 Bar aus einer maximalen Eintauchtiefe von 7 Metern. Die Pumpe kann dank der drehbaren Gehäusebasis sowohl klares als auch verschmutztes Wasser fördern. Sie saugt klares Wasser bis zu einem Restwasserstand von 1 mm auf. Der stufenlos einstellbare externe Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus, sobald ein zuvor festgelegter Wasserstand erreicht ist. Das Gehäuse der Schmutzwasserpumpe besteht aus schlagfestem Kunststoff. Die Pumpe ist für Wasser mit maximal 35 mm großen Schmutzpartikeln geeignet. Die hochwertige mechanische Dichtung gewährleistet eine lange Lebensdauer und dank des universellen Adapters können Schläuche mit einem Durchmesser von 25 und 32 mm angeschlossen werden. Durch den praktischen Tragegriff oben am Gehäuse lässt sich die Schmutzwasserpumpe leicht transportieren. Das Stromkabel ist 10 Meter lang. Der Punkt Nummer 3, Viltek Dirty Boater Pump. Diese Schmutzwasserpumpe mit einer Leistung von 250 Watt kann bis zu 5.000 Liter schmutziges Wasser pro Stunde bei einer maximalen Eintauchtiefe von 5 Metern pumpen. Die maximale Förderhöhe beträgt 6 Meter. Darüber hinaus eignet sich die Schmutzwasserpumpe für den Durchfluss von Fremdkörpern wie Sand, Schlamm oder kleinen Steinen mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm. So kann die Pumpe gut für den Einsatz mit kontaminiertem Wasser verwendet werden. Anwendungsbereiche der Schmutzwasserpumpe sind beispielsweise das Abpumpen überfluteter Keller, das Entleeren von Brunnen und Baugruben, das Ablassen von Teichen oder Arbeiten im Abwassersystem. Nummer 2 in unserer Liste, Trotec TWP 4036E in der Keller oder in der Garage, pumpt die 400 Watt TWP 4036E Schmutzwasserpumpe genauso kraftvoll und schnell wie Regenwasser ausgenehmigten Baugruben oder frei verfügbarem Wasser aus Teichen, Brunnen und Bächen für die Gartenbewässerung. Beim wichtigsten Kriterium bei der Auswahl einer Tauchschmutzwasserpumpe ist daher die Überprüfung, ob die Fördermenge und der Förderkopf für ihren Zweck geeignet sind. Mit der Schmutzwasserpumpe TWP 4036E können Sie sich sowohl auf die Pumpenleistung als auch bei der Auswahl der Anschlussmöglichkeiten verlassen. Ob Sie die Pumpe an einen Gartenschlauch, eine vorhandene Rohrleitung oder Bewässerungssystem anschließen möchten, ist die TWP 4036E nahezu grenzenlos kompatibel. Die Tauchpumpe ermöglicht den Anschluss von Schläuchen, Rohren und Stecksystemen mit unterschiedlichen Durchmessern, mit oder ohne Gewindeverbindungen. Der erforderliche Reduzieradapter ist mit verschiedenen Anschlussgrößen im Lieferumfang enthalten. Der praktische Winkeladapter kann ausgeklappt werden. Damit können Schlauch-, Rohr- oder Stecksysteme schnell und einfach mit nur einer Hand an die Pumpe angeschlossen und flexibel um 360 Grad positioniert werden. Einfach einstecken und nach getaner Arbeit per Knopfdruck wieder abnehmen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Einhell GHDP 7835, die Einhell Schmutzwasserpumpe GCDP 7835 ist vielseitig einsetzbar und ideal für die Entwässerung rund um Haus und Garten. Ob es darum geht, Teiche und kleine Gartengewässer zu entleeren, überflutete Baustellen, Kellern und Unterständen auszupumpen oder Regentonnen und Zisternen zu entwässern, dieses Multitalent ist für alle Aufgaben gewappnet. Mit einem kraftvollen 780 Watt Motor kann sie bis zu 15 700 Liter pro Stunde über eine maximale Förderhöhe von 8 Metern pumpen. Ein stufenlos einstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch bei einem vorher festgelegten Wasserstand ein und aus. Die integrierte Kabelaufwicklung ermöglicht eine schnelle und sichere Aufbewahrung für Transportzwecke. Dank der hochwertigen und robusten Gleitringdichtung im Inneren der Pumpe ist eine lange Lebensdauer gewährleistet, selbst bei intensiver Nutzung. Das Gehäuse besteht aus Schlagzeil im Kunststoff und bietet einen 47,8 mm IG Schlauchanschluss an der Unterseite. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Schmutzwasserpumpe unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.